Was immer kommt, wir helfen Ihnen rasch und unkompliziert. Die politischen Vertreterinnen und Vertreter der Gemeinde Asch haben sich am vergangenen Dienstag zu einer Sitzung im neu errichteten Schulhausprovisorium auf dem Platz vor dem Neumatt-Schulhaus getroffen. Sie konnten damit vor Ort den Eisszustand des Provisoriums überprüfen. Aber warum überhaupt das Provisorium? Auf dieses Schuljahr haben wir von der Sekundarschule die Träumer und den Eingemieter gekündigt bekommen. Entsprechend mussten wir reagieren und haben aufgrund dessen das Provisorium entwickelt und rechtzeitig herbekommen, dass das im Schuljahr hier auch bezugsbereit ist. Das Resultat ist von Anfang an ein Produkt von einer guten Kooperation. Das Auenamt mit der Schule ist hervorragend. Nicht nur beim Provisorium, wo sie wirklich von Anfang an dabei waren, auch Inputs gegeben haben, was ihnen wichtig ist, wie die Schulräume daherkommen sollen, dass ein qualitativ hochwertiger Schulunterricht stattfinden kann, sondern auch in der ganzen Schulraumplanung, die dann grösser ist, die dann beide Schulstandorte beinhaltet, entsprechend auch dort sehr konstruktiv, sehr zielorientiert, also wirklich nur Positives für die Zusammenarbeit mit der Schulleitung, wie aber auch mit dem Lehrkörper selber. Auf was hat speziell geachtet werden? Wir als Gemeinde sind natürlich einem Submissionsgesetz unterlegen. Das heisst, wir mussten öffentliche Submissionen nach gerade WTO durchführen. Und das war natürlich sehr sportlich in dieser sehr, sehr kurzen Zeit. Die Schwierigkeit war, dass wir eigentlich den Auftrag erst Mitte Dezember vergeben konnten. Damit sind einfach sechs Monate Bauzeit übrig geblieben. Und in diesen sechs Monaten mussten wir das Schulhaus realisieren, was uns jetzt wirklich gelungen ist. Insgesamt haben wir an diesem Standort Neumath fünf Klassenzimmer realisiert. Ein groben Raum und zwei Halbklassenzimmer. Das war die Anforderung für diesen Standort. Die Schulräume sind modern und praktisch eingerichtet. Die meisten Klassenzimmer haben neues Mobiliar gekriegt. Das heisst, neue Tische, neue Stiele. Und es ist natürlich Standard, dass wir alle Klassenzimmer mit einem 75-Zahl-Screen ausgerüstet haben. Das sieht man jetzt im Hintergrund unter der neuen Schilberantafel. Die Klassenzimmer sind mit 70 Quadratmetern pro Klassenzimmer relativ gross ausgefallen. Das entspricht der aktuellen Norm, wie grosse Klassenzimmer sein müsse. Eine Besonderheit ist jetzt hier vielleicht die grosse Raumhöhe, die wir jetzt auf 2,80 Meter gewählt haben. Man hat den Wert gelegt auf Akustikpanel an der Decke, sodass wir wirklich eine gute Akustik in den Räumen gewährleisten können. Vom Fundament bis zu den fertigen Klassenräumen sind wenige Monate vergangen. Die Koordination und die Realisation haben reibungslos geklappt. Wir hatten eine sehr erfolgreiche Bauzeit. In der sehr kurzen Zeit von diesen sechs Monaten hat man zuerst mit dem Fundament angefangen. Wir sind hier in einer Erdbebenzone und die Container wurden innerhalb von einem Tag angeliefert. Die Bauzeit bzw. das Aufbauen der Container wurde innerhalb von zwei Tagen erledigt. Das ist doch eine sehr sportliche Leistung, sodass wir jetzt mit dem Mieterausbau starten konnten und jetzt pünktlich zum Schulbeginn am 14. August fertig sind. Bei der Baubewilligung müssen wir darauf achten, dass wir sämtliche Auflagen erfüllen. Dort gibt es im Hinblick auf die Behindertenzugänglichkeit noch einen Punkt, den wir noch nachrüsten. Das heisst, in den Herbstferien wird noch ein Behindertenlift eingebaut, sodass nachher auch das erste Obergschoss mit dem Rollstuhl zugänglich ist. Das Provisorium tut notabene die Klammern zu einer gesamten Schulraumplanung auf. Er ist am Wachsen. Es braucht einen neuen Schulraum. Letztes Mal der Schulraum gebaut worden ist, das ist 50 Jahre her. Also es braucht einen neuen Schulraum. Wir sprechen von einem Wachstum im Schulraum, mit dem wir bis jetzt vier und halb zügig fahren. Wir machen hier eine Planung, die sechs zügig voranschreitet. Was sind die nächsten Schritte? Die ersten Varianten haben wir jetzt soweit bereit, dass wir dann in den nächsten Schritten in den Wettbewerb gehen können. Dafür brauchen wir den Investitionskredit, den wir gerne an der Gemeindeversammlung im Dezember vorstellen und genehmigen lassen. Entsprechend weitere Informationen dann sehr gerne zu diesem Zeitpunkt. Was ich sagen kann ist, die Zusammenarbeit ist supergut, macht Spass und ist sehr konstruktiv, sodass man auch nicht in ein Provisorium hineinläuft, sondern in ein Provisorium bleibt. Was immer kommt, wir helfen Ihnen rasch und unkompliziert.